Die Midweida-Parkanlage Goethe-Hein ist in die Jahre gekommen. Der Zahn der Zeit hat am Erscheinungsbild der etwa 4,7 Hektar großen, denkmalgeschützten und zugleich als Waldfläche ausgewiesenen Parkanlage Spuren hinterlassen. Die Anlage wurde über drei Entwicklungsphasen von 1895 bis 1927 bis zur heutigen Größe angelegt. Der Grundgedanke der bewussten Gestaltung aus der Entstehungszeit lässt sich im Bestand teilweise noch gut nachvollziehen, ist aus der Stadtverwaltung zu erfahren. Das Konzept früherer Tage sah vor, in dem mit Großbäumen pflanzten Seitental der Chopau mittels Wegeverläufen, Aufenthaltsplätzen und einer kaskadenartig angelegten Teichanlage atmosphärische Stimmungen zu erzeugen. Atmosphärische Stimmung kommt aktuell wenig auf beim Flüchtigendurchqueren des Goethe-Heinz. Verweilen wollen hier nur wenige. Und genau das soll sich nun ändern. Das Ziel ist, diese Anlage wieder in einen für die Bevölkerung sehr attraktiven Park umzuwandeln. Er hat ja jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte einfach keine Überarbeitung bekommen. Und aus dem Grund ist es wirklich dringend an der Zeit, grundlegende Dinge wieder in Angriff zu nehmen, um den in diesen Zustand zu versetzen, wo die Bevölkerung ihn annimmt. Bis es soweit ist, wird gebaut. Die Vorbereitungen für den Beginn sind geschaffen. Wir haben insgesamt ein Budget von 1.200.000 Euro. Die Ausschreibung, die wir jetzt durchgeführt haben, hat ein erstes Ergebnis gebracht von ca. 1.000.000 Euro. Das heißt, wir werden jetzt im Herbst diesen Jahres anfangen. Der Auftrag ist erteilt. Und ich gehe davon aus, dass in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen, dann die Arbeiten beginnen. Dann muss man sehen, wie der Winter jetzt läuft, ob der lang ist, ob er sehr frostreich ist, dass die Arbeiten eingestellt werden müssen. Aber ansonsten ist das Ziel, in dem zweiten Quartal, vielleicht drittes Quartal nächsten Jahres, die Arbeiten zu beenden. Bis dahin werden die Sanierungsarbeiten im Goethe-Hain von Fachleuten der Stadt begleitet. Wir haben natürlich unsere Bauabteilung in der Stadtverwaltung, die den gesamten Bau begleiten. Es sind umfangreiche Maßnahmen. Die gehen ja vom Wegebau, Treppenbau über die gesamten Anlegungen von Freiflächen und dann natürlich bis zur Ausrüstung. Also es ist schon sehr umfangreich. Und aus dem Grund sind unsere Kollegen von der Bauverwaltung von Anfang an mit dabei. Für Diskussion im Vorfeld und im Stadtrat sorgte der Inhalt der Ausschreibung. 392 Bäume fällen und Wurzelstuppen roden stand darin. Das erzeugte Redebedarf. Ohne Frage hat es auch im Stadtrat zu Nachfragen geführt. Ist natürlich erstmal eine Zahl, die irgendwo schockiert. Es sind auch natürlich nicht die Eichen und die großen Bäume, die über Jahre, vielleicht sogar Jahrhundert gewachsen sind. Das ist insbesondere der Wildaufwuchs bis 15, 20 Zentimeter, der wegkommen muss. Und dann sind einige Bäume erntereif. Da war schon der Forst vor geraumer Zeit dran und wollte sie rausnehmen. Und dann haben wir uns aber vereinbart, haben gesagt, wenn sowieso hier die kleineren Bäume gefällt werden müssen, dann können auch die größeren Erntereife auch mit rausgenommen werden. Ganz einfach deswegen, weil das dann finanziell in einer Größenordnung ist, die für uns und für den Forst tragbar ist. Das große Ziel, neben der teilweise denkmalgerechten Wiederherstellung der Parkstruktur ist, den Park für jung und alt attraktiver werden zu lassen. Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal gesucht für diesen Park, um die Attraktivität und die Annahme durch die Bevölkerung einfach zu erhöhen. Und da war zum Anfang die Diskussion, inwieweit wir Spielplätze hier hineinbringen können. Aber da war ganz fix die Aussage, wir haben schon genügend. Wir haben insgesamt 19 Spiel- und Sportplätze hier in unserer Stadt. Und da noch einen 20. draufzusetzen, wo wir gerade in der engeren Umgebung schon genügend haben, das muss nicht sein. Darum war die Überlegung, was könnte es sein? Und wir sind dann ganz schnell auf die Idee gekommen, einen Fitness-Parcours hier zu errichten, sodass die Möglichkeit besteht, dass die Bevölkerung hier zu diesen Goetheien joggt, dann diese circa zehn Elemente benutzt und dann einfach die Gegebenheiten hier mitnutzt, dass man sagen kann, man hat dort Erholung, Sport und Freizeit in einem Bereich komplett gegeben. Und ich glaube, das tut auch die Bevölkerung ansprechen, die nicht nur aus dem Bereich des Goetheines kommt, sondern auch aus dem Neubaugebiet, aus dem Goethe-Straßen-Bereich-Gebiet. Vielleicht sogar noch Leute, die weiter weg wohnen. Einfach, dass sie sagen, hier ist was Besonderes entstanden, wo ich mich sportlich betätigen kann, wo ich einfach Freizeit gestalten kann. Die Zielkonzeption birgt spannende Maßnahmen wie Wiederherstellung historischer Blickbeziehungen im Park zur Wiederherstellung und Stärkung der Raumwirkung. Dazu soll auch die Sanierung der Vorteiche mit Staumauern und des großen Teiches beitragen. Die Brücke am Zulauf des Teiches wird ebenfalls rekonstruiert. Sogar an einen Ersatzneubau für den ehemaligen Pavillon oberhalb der Vorteiche ist gedacht. Damit soll ein Anziehungspunkt mit Aufenthaltsqualität geschaffen werden. In spätestens einem Jahr soll alles fertig sein. Wir gehen davon aus, dass spätestens Ende zweites, drittes Quartal, müssen wir einfach sehen, wie die Bauarbeiten vonstatten gehen und natürlich wieder Winter wird, wird es fertig sein und dann, denke ich, können wir gemeinsam einweihen und die ersten Sportler können sich hier tummeln. Bis dahin heißt es Geduld haben. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.